so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die casa von röder feuerwerk eine geile 30 mm cake diese da schön in kooperation mit ria kio auf den markt gebracht haben jungs wenn ihr auf blinker steht dann rein da das ist nämlich eine richtig fette 30 mm cake voll mit fetten blinkern weiß und rot blinker und dazu gibt es so wird es zumindest beschrieben farbige pistel wie das ganze ausschaut schauen wir uns jetzt an wir haben hier geile gerade schüsse drin auch geile fächer drin und das ding ist auch mit fast 500 gramm voll beladen ich würde sagen wir schnacken nicht lang und gehen sofort raus und let's go noch mal ganz fix die leute haben ja auch so röder schauen wir mal was dir da mit ria kio zusammen gemacht habt sehr gespannt eine hammer gute blinker batterie